hallo und herzlich willkommen zurück bei tavern manager simulator ich bedanke mich dass sie wie eingeschaltet habt wie ziehen gleich los erst mal hier käppchen trinken sie in der face kim aus wie so ein alter weiß auch nicht warum vielleicht ließ am filter oder so ich habe keine ahnung na ja wie auch immer wir haben folge folge dekoriert warte mal blumen an motion blumen ist ja irgendwo blumen ich habe keine ahnung kann man nicht irgendwo ausstellen kopfschwenk deaktivieren automatische sprechung alles alle fünf minuten ja ist okay switch integration start wozu wozu sollte ich switch integrieren gibt es da vielleicht neue deko sachen oder so ich habe keine ahnung nicht mal blumen kann ich ausmachen da voll ins gesicht naja wie auch immer ich gucke mal nach den lagerbestand ob alles verfügbar ist und hier mal kurz einmal füllen ein krieg dann noch auf und 222 kriegt dann auch auf zwei plätze ist noch sehr schön dann ist das ding voll und dann können wir noch einmal anschmeißen hier 4 schüssel ok ich mach mal ok das auch voll hier noch wasser rein holz ist ja noch schnell wasser rein da kommt jemand mit einem reiter halt da ist was da kommt jemand mit einem reiter da schließen wir doch gerne mal die tür auf die fehlen können ruhig weiter kochen ich denke mal lager habe ich schon gefüllt mit euch gestern noch und heute geht der spaß wieder los ja ist gefüllt alles sehr schön ok wir haben einen gast normalerweise aber der gast kommt irgendwie nicht der ist wieder abgehauen der gast ist wieder abgehauen ich mach mal sicher halber wasser wieder rein also in den wassertrug für pferde noch ein bisschen mehr rein halt nur so ein bisschen so noch ein bisschen holzklöppeln so einmal füllen reicht und hier noch einmal holzklöppeln müssen ja bald gäste kommen tür ist ja offen hoch was was hat er immer verpasst eine bestellung und die den machen wir nichts haben überhaupt genug feenstaub ja hier noch einmal füttern da noch einmal und hier noch einmal sehr schön muss papa ja alles alleine machen super zweimal süppchen wo bleibt ihr hier mal einmal süppchen da haben wir oh gott noch zwei süppchen eine suppe ist unterwegs ok eine suppe bringt noch hin fleisch jemand einmal zweimal ok damit nichts mehr machen jetzt gehen wir rüber zur vip und einmal käse zweimal wein hier bitteschön meine damen sehr schön und hier ist auch wieder schmuddelig ach dieser stress vor schmuddeligkeiten also ich habe das gefühl dass hier gar nicht so viele gäste von den hochnäsigen kommen aber da kommt ein großes vierer pack die haben sogar ein deko mit dem drachengesicht das finde ich ganz schnuckelig so dreimal bier wo bleibt ihr dann zweimal bier einmal bringe ich auch noch einmal bier einmal wurst bitteschön und bitteschön meine damen und herren vielen dank dass ihr wieder eingeschaltet habt wie ihr dabei seid einmal bier wird gewünscht hier bitteschön junge dame guten appetitos hier mit dem besen durch die gegend schrubbern so sind toilette ist sauber sehr schön ich wünschte ich hätte noch jemanden der für mich hier im fußbund schrubbt und diverse und diverse zwei mal rein ähm gibt es nicht so eine multiplayer funktion 1 2 3 das wäre doch echt mal cool und zweimal käse noch ok kommt sofort zweimal käse zweimal käse ähm bitteschön meine damen und herren ich wünsche ihnen einen wunderschönen aufenthaltsort und die mischen nicht putz alf fähig elf wenn elf mal helfen au 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 June Soppe, 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 Soppe. Was? Ja, okay. Ich muss mal ein bisschen mithelfen. Die kriegen es hier irgendwie nicht gebacken. Gebocken. Die kriegen es nicht gebacken. Alter. Zweimal Fleisch. Hier, ab. Eins, zwei. Du, 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 du. Kommt sofort. Bitteschön. Ach, Mensch. Ein komischer Herr, der noch jung aussieht, will Wasser. Nice. Two, one, two, go. Hier, bitteschön. Guten Durst. Ich hoffe, es geht Ihnen jetzt gut. Weil Wasser ist hier immer kostenlos. Gegen gesagt, zu heute, zu unserer Zeit, kostet auch Wasser Geld. Einmal Wurst. Zweimal Fleisch. Einmal Wurst, Wimmerfleisch. Und wo ist immer Fleisch. Hier, bitteschön. Ja. Einmal mit dem Besen durch. Zack, zack, zack. Nur so geht das. Wie lange baust du? Mein Güter. Mit einem Klick, dann hast du alles drin. Ach, du meine Güter, Wasser fehlt. Wascher, wascher, wascher. Welch ein Stress. Wascher. Wascher Stress. Wascher Stress. So water Stress. Nein, hör auf. Lange brauchst du für die Wurst. Fleisch, 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 Fleisch. Da wurde ich gerade aufgehalten, siehst du? Hier, bitteschön. Einmal Käse. Nein, du Sau. Alle gemein. Alle gemein. Einmal Käse und einmal... Nein. Oh mein Gott. Was zum Henker? Wer hat den Wein dahin gestellt? Sorry. Oh nee. Oh nee. Es wird wieder zu viel. Ich glaube, ich sollte ein paar Stühle wegnehmen. Tische und Stühle. Ähm. Hallo? Muss ich jetzt hier nur noch dumm rumstehen? Nee, ne? Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Jetzt soll ich nochmal Wurst. Wissen auch nicht, was er will, ne? Wurst, Wurst, Wurst. Und zweimal Fleisch. Hier, bitteschön. Danke. Gib, 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 gib. Und beim ersten Klick nicht gibt's. Oh, Hallöchen. Ihr seid fertig? Das ist ja, äh, schön. Ähm. Ähm. Ja. Und niemand putzt wieder den Bohnen, ne? Außer ich. Ah, da kommt man ja nicht so schnell hin. Daher mit alles. Ach, da fehlt zweimal Wein, einmal Käse. Was ist hier, äh, kaputt? Ja, einmal Wein, einmal Käse. Hallö. Einmal Wein, einmal Käse. Und hier, alles gut, zweimal Wurst. Gib doch mal zweimal Wurst hin. Jetzt muss ich hier mitwürsteln. Oh Gott. Einmal Fleisch, einmal Wurst. Wurst wird gebracht. Einmal Fleisch, einmal Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Äh, Fleisch, Fleisch. Äh, Fleisch. Wurst? Wo bleibt die Wurst? Jetzt muss ich da machen. Okay. Schnell, guck mal. So still, 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 still. Hallo, hallo, hallo. Ich komm mich nicht durch wie in diese komische Kackbratzen-Schädel. Was? Einmal Suppe. Und einmal Fleisch. Wo bleibt Fleisch? Wo bleibt Fleisch? Muss hier los? Hier, zweimal Käse. Und einmal Wein. Wo bleibt Wein? Wo bleibt Wein? Zweimal Käse. Hallo? Muss ich doch alles selber machen. Hallöchen. Gut auf uns, hat uns. Haben sie gut geschmundet mit ihrem Mundet-Käse. Käse und Wein. Was anderes kriegen sie hier nicht. Ich bin ein bisschen traurig. Da fehlt immer noch Fleisch. Bier wird gebracht. Suppe? Warum bringt hier keiner Fleisch? Bringt hier keine Fleisch? Keine Fleisch! Ach, der hat schon wieder kein Wasser. Kannst du Wasser nicht selber holen? Das ist schon tierisch... Nervig. Einmal Fleisch, immer Suppe. Suppe wird gebracht. Und Fleisch? No? Jetzt bin ich hier wie am flaschen. Flaschen. Nicht nur am flaschen. Ich muss hier auch noch hinterher räumen. Oh mein Gott. Ah, dreimal Käse. Hallöchen. Eins, zwei, drei. Dreimal Käse. Bitteschön. Und guten Durst. Gut noch mal. Was wollen wir? Äh, hä? Die ist nix mehr zu holen. Äh, hier. Tisch abräumen. Nice. Nice. Da war noch Geschirr. Einmal Fleisch, kommt zur Viert. Einmal Fleisch, kommt zur Viert. Einmal Fleisch, Ende. Bitteschön. So, jetzt muss ich noch einmal... Ach du meine Güte. Was bist du für ein Ferkel? Moment, mein Herr. Ich mach schon hier sauber. Darauf hab ich jetzt überhaupt nicht geachtet. Es tut mir leid. Ich bin auch nur ein Mensch. So, bitte mein Herr. Sie können jetzt, äh... benutzen. Mit ihrem wohlgeformten Popochen. War schon voll. Wo sagt das Renner? Hier, Abwasch. Und jetzt mach schnell. Genau, einmal Würst. Äh, Würst. Würstchen. So, wie spielt Hammers? Oh, noch recht früh. Wie gesagt, ich muss noch ein paar Stühle minimieren. Äh... Müsste ich mal Stühle minimieren. Ähm... Ja. Ist hier noch drüben... Noch jemand? Der was braucht? Keiner da. Krass. Das wundert mich. Ist auch spät, ne? Vielleicht den Laden schließen und die Zeit nutzen. Ja, dann kommt ja niemand mehr. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Zweimal Suppe, einmal Wurst. Zweimal Suppe, einmal Wurst. Bringt noch jemand Wurst? Würstel? Würstel? Würstel. Okay, dann muss ich halt selber machen. Die Fänen sind gerade ganz woanders beschäftigt. Ich weiß gar nicht, wo. Ja, zu spät. Da war ich schneller. So, wie sieht's hier aus? Lager? Nix? Gut. So. Dann holen wir die Suppe hier. Packen sie auf den Tisch. Ich wünschte, die würden die Suppe auch mal glänzend hinbekommen. Okay. Fleisch wird gar nicht mehr gemacht, weil wegen Holz. Alles klar. Wegen Holz wird hier nichts mehr gemacht. So, VIP-Bestellung oder so? Nö. Nö, 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 nö. Ist vollkommen leer. Wir können... Wir können den Laden eigentlich mal schließen für heute. So langsam. Oh nein, die Schmock-Schmock-Tanten wieder. Oh Gott, die Schmock-Schmock. Oh Gott. Guckt es euch an. Die Schweine kommen hier im Restaurant mit ihrem Dreck. Iiiiiiii. Die haben schon die Gästen unterwegs. Seht ihr das? Das ist voll widerlich. Boah, seid ihr Schweine. Können wir nur noch Pferde reiten. Oh, ihr stinkt nach Fisch, nach alles. Ihr seid so widerlich. Oh Gott. Ich traue mir schon ja nichts zu servieren hier. So ekelhaft das jetzt hier. Hört auf, hier alles hinzuschmeißen. Jetzt verklare ich sie. Wegen Rufmord. Nein, Quatsch. Mit solchen Gästen muss man immer mit rechnen. Dass sie stinkend hier reinkommen und Abfälle hinschmeißen. Damit muss man immer rechnen. So, wo bleiben die denn hier? Bring doch mal jetzt endlich mal dreimal Bier. Und einmal Suppchen. Ihr, ihr stinkers. Hier, werden sie serviert? Wo sind die überhaupt? Ach. Wir haben nur eine Gäste. Okay. Ich verstehe. Also bis hier hinten hingelaufen. Also mal mal bis hier hinten durchputzen. Okay. So. So. Äh. Einmal füttern. Hier zweimal. Ein bisschen füttern muss sein. Denn ich bin ja kein Schwein. So. Äh. Hier noch einmal Holz. Na mein Herr. Wo wollen sie denn hier hin mit ihr dreckigen Füße? Ich hab kein, äh, Dings, ne? Ich weiß nicht, wie ich an... rankomme. Na. Ja. Ja, ja, ja. Schnell wie raus. Los, 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 los. Komm ich mit dem Besen. Raus. Oh nee. Die Sonne ist schon wie alles eisig. Ist das eh klar. Aber jetzt machen sie mit Absicht direkt, ne? Boah. Das geht gar nicht. Danke. Leben. Dass ihr solche Hilfe seid. Den Tisch abzuräumen. Aber niemals den Fußboden zu schrubben. Ihr seid solche Helden. Man sieht auch nicht, ne? So richtig. Wie man hier wischt. Oh, da hab ich auch zu tun hier. Wenn du solche Leute hast. Im echten Restaurant. Die kannst du sofort rausschmeißen. Wenn du merkst, die stinken und schmeißen alles hin. Sofort rausschmeißen. Raus aus den ekelhaften. Restaurant. Die kannst wirklich in ne Tonne treten. Das ist ekelhaft. Niemand will stinkende Leute haben. Im Restaurant natürlich. Wird ihr schlecht dabei. Wird ihr schlecht dabei. richtig schlechter brechen so ich würde noch einmal holz und bestellung machen option für cookies und werbeanzeigen wird immer wieder holz vorbereiten so ich werde die erstmal hier einmal köcheln lassen wo es köcheln gut das haben sie nicht geschafft abzuservieren ja müssen sehr viel noch vorbestellen wir haben gerade mal drei von fünf mit pferde das wird verdammt lange dauern wisst ihr das jetzt schaffe ich heute nicht irgendwie mit dieser folge die drei von fünf mit den pferden das dauert irgendwie verdammt lange ist nicht böse gemeint oder so wollen auch was da war noch wasser also es kommt schon hier jemanden fährt vorbei aber falsche richtung funktioniert nicht immer auch sehr schön sehr schön hatte gut gemacht freut mich so jetzt kann ich bestellung machen sehr gut gucken wir mal verbessern geht sowieso noch nicht ihr seht ja selbst die die aufgaben um fortzufahren möbel technisch lassen wir mal lieber ressourcen ja das brauchen wir 15 bier 23 wein und hier zwölf da 20 ja und hier noch 13 geht das ja sehr schön einmal bestellen und dann ist alles schick er wird gleich hier sein und dann können wir die bestellung entgegennehmen und dann geht es weiter im text ja noch einmal wasser füllen kann jetzt sehen dass ich noch pferde schrubben muss oder wie weil es kommt schon pferde an aber ich habe das gefühl die sind irgendwie nie glücklich aber jetzt haben sie noch dreck um fußboden gemacht mit ihre pferde so wer da drin wird bestimmt weiter kochen ähm zehnmal wasser ja reicht dicke da muss ich ja nicht ne wer weiß was machen gut äh es ist morgens um sechs ein neuer tag wir eröffnen die lanen nochmal das mit den zwei pferden würde ich schon irgendwie hinkriegen und shoppen und noch suppe kochen lassen einmal süppchen machen würde ich sehen bevor die gäste hier ankommen seht ihr was ich meine da ist wie einer mit fährt und wenn er verschwunden ist dann habe ich das gefühl dass er nie glücklich ist muss ich hier irgendwas machen hier so nein hör auf wir wollen ja glücklich werden so ein gewisser reiter möchte was zu essen haben so dann erzählen sie mal äh ein bär ein das ein würstel okay alle drei sachen bitteschön und eine wurst zwei drei fleisch ein fleisch ist unterwegs zwei fleisch nehme ich mit so und ja vip auch oder eher nicht so ach wurde schon sehr schön also hundertprozentig kriege ich das hier nicht sauber da fehlt einmal fleisch okay kommt da fehlt immer fleisch fleisch ich glaube das hat auch mit so viel tüchen überhaupt nichts zu tun ne das sind die gäste an sich entweder die kommen oder kommen nicht so ich hoffe ihr zufrieden das pferd ist zufrieden oh gott bist du ein schwein was ist das denn jetzt hier ist ja ekelhaft du dreck jetzt ekelhafte pferdchen bäh bäh so vip bestellung und bla 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 äh halt ich seh den überhaupt hier reingekommen äh vip wird schon gemacht ne wir auch mal via tische putzen ich wünschte es wäre ein bisschen einfacher ja so aber wer glaube ich zu viel verlangt ne einmal bier ah wird hier liefert ok so jetzt will ich aber holz hacken wir müssen noch einmal äh süppchen vorbereiten macht jetzt mal den rest selber ihr helfenden leute denn ich hab hier was zu tun dann guck mal wie sie da rechts im fenster arbeiten finde ich ganz gut halt hier für den koch hui wir haben zwei köche ne köche naja geht doch ihr braucht nicht zu dritt da am fleisch hängen zu zweit naja ok kann ich auch nicht erinnern hier einmal bier für die komische so frau und einmal fleisch für die andere da hinten ganz hinten fleisch kommt sofort schmutzige tische wo wo ist hier schmutzige tüch wo ist hier schmutzige tüch hier hoch was war das akratierung gilt einmal wünscht ach mensch da war jemand schneller sich ok gut dann lasse ich das mal wenn ich sehe da wird nichts geliefert dann wäre ich böse die bestellung wo da zweimal wein den juden wein haben sie noch nicht geschafft abzuliefern das ist nämlich von mir und mir persönlich per se soll man ausschau halten nach geld säckchen vielleicht haben sie ja wieder irgendwo geld gelassen sei doch aber sehr viel geld auch gerade sagen stinkst du also da so eine grüne und dann halt da so nebel gesehen so leichten halt gedacht oh stinkst du das war ja schlimm für die hochnäsigen leute dass sie stinken ok was wollen sie haben viermal wein einmal käse ok 1 1 2 3 4 und einmal käse schnell hinbringen bevor es jemand anders tut ich sag mal benimmt euch mal was das für eine anstalt also hier muss ich ein paar stühle wegnehmen uh ups nein das war doch überall fuß abdrücke ich sollte mal ins lager gehen sicher ist sicher gut kann aber sehr schön ich muss zwischendurch gucken wir haben vier von fünf fröhlichen pferden hat da wohl doch geklappt ist nur dass sie nicht so häufig kommen das ist okay jetzt werden wir fleisch was machen die feen wieder mal nix was wir raten jetzt sind gäste abgehauen weil sie nicht serviert worden sind bedient meine ich mein gott was habe ich denn hier alles jetzt muss ich hier versuchen den wisch von den hier weg zu räumen weil mal wieder jemand zuvor ehrlich ist zu machen okay aber wenn man fleisch nö ne irgendwie nicht so ist okay dafür geld für den gut achtet ihr mit euren scheiß bier ihr kommt hierin nur wegen bier einmal käse einmal zwei mal Wasser Käse wie noch jemand blöd meine Güte die müssen auch husten wenn sie hier drin sind ist ja ekelhaft warum husten die sollen aufhören zu husten das unhygienisch voll abartig kommt da jemand mit einem pferdchen oder eher nicht so so mal gucken einmal durchfüttern alle und hier fehlt noch einmal wurst wie lange braucht ihr denn die wurst vor wie eine eilbestellung wo wo ist die eilbestellung und die leute mal so viel geld hinterlassen muss ja zwischendurch mal gucken ich glaube die schmeißen mit absicht ihr geld hier hin oder so ungefähr auf die mal was besseres äh wein hallo hochnese leute da muss ich mal ein bisschen rüberhüpfen hier einmal kräfe einmal kräfe und zweimal wein bitteschön dreimal suppe wird hier nicht geliefert wow soll ich jetzt ein sind machen hier bin nochmal ein würstchen bitteschön da haben sie würstchen sie möchten auch würstchen ah sie sind gerade angeritten das ist ja schön und wie war ihr ritt hierher hm war der schön war der toll oder ja nicht so ha ha du warst zu langsam mit der suppe ich wollte ihn nur ein bisschen ärgern tut mir leid ach süppchen mich überrascht ja nix mehr einmal fleisch fleisch wird gebracht ok dann brauche ich wiederum nix mehr machen äh hier fehlt noch holz und bestellungen sind auch noch da dachte vielleicht ist unterwegs ja also ach viermal wein 1 2 3 4 lalalala bitteschön hier noch jemand nö es kommen jetzt welche wo geht das so ekelhaft schmeißt ja nix mehr hin hier ok ok was wollen sie einmal käse zweimal wein so drüben sieht es bestimmt schlimmer aus als jetzt einmal fleisch einmal suppe was ist hier los aber fleisch das noch nachwächst wird super schnell 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 äh 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 jetzt huste ich ähm einmal bier zweimal wust machen wir einmal wust bringt da noch jemand wust nein natürlich nicht wenn ich wust bringe dann kommt der nächste und will auch das ist das schlimmste hier was man erleben kann ok ähm wie sieht es hier aus ach kackpferd du bist eine aller kackpratze du bist eine aller sau weißt du das du bist so widerlich du widerst mich an ich sollte mal trinken holen mal später ich schon anstrengelt es kann es wundert mich dass bis jetzt noch kein dieb kam stren wisst ihr 3 warum krieg ich hier nur bier ohne schaum zweimal super was war das denn eben lös akzeption dafür bestimmt holz deswegen ok ist wie also spät ah die zeit vergeht hier auch schnell aufgabe ist fertig was kauf einen neuen tavernen ebene ja dann können wir langsam den laden schliessen wir schliessen schnell den laden VLP Bestellung zweimal, da gehe ich sofort hin, zweimal Käse, zweimal, und einmal Wein, noch eine Bestellung, einmal Wein, einmal Käse, komm, gib mir, so, bitteschön, hier noch abräumen, dann noch abräumen, hier, nix, Nox, Nux, okay, und dann noch Wasser holen, äh, Päden, das geht noch schneller, so, dann wollen wir mal, zack, nehmen wir mit, und, zack, bitteschön, hier muss noch Fleisch gemacht werden, Suppe, äh, brauchen wir erst mal nicht, Bestellung müssen wir auch noch machen, aber erst mal hier die Gäste loswerden, bevor ich hier irgendwas mache, noch irgendwas schmuddelig, nö, ist alles sauber, sehr schön, sehr schön, so, dann schauen wir mal die Tische noch mal durch, ob hier irgendwo noch was rumfliegt, die wisst ihr, wie es ist, ne, wenn Gäste am Tisch waren, dann lassen sie manchmal hier Geld fallen, sozusagen, ihr macht dein Dings besser, Dings, äh, Dings, liebe ich schon, wie ich meine, oh, äh, die Gäste sind weg, das erfreue mich, gut, dann will ich hier drinnen mal die Tische abklappern, aha, guck mal, hat hier jemand sein Geldbeutel verloren, das kommt mir zugute, würde jeder so, am Restaurant, ähm, haben, ne, wenn da jemand Geld verliert, dann hat der Gast Pech gehabt, dann sieht er das Geld nie wieder, das ist nun mal so, das ist überall so, aber, mh, ja, gut, der Laden ist leer, wir sind, äh, fertig, wir erweitern die Taverne, nice, endlich, wuuu, oberstes Stockwerk, oh, wir können nach oben, da, äh, funkelt was, ganz oben, aber erst mal die Bestellung, ne, für morgen schon, das ist nämlich die vorletzte Erweiterung, erledige Aufgaben, ach du meine Götter, ich will sie auch nicht wissen, ich will's gar nicht wissen, so, 17 mal, äh, das hier, und, 24 mal Wein, 15 mal Käse, 14 mal Wurst, 20 mal Süppchen, 5 mal Fleisch, und 8 mal das, zack, fertig, so, jetzt geht's hier nämlich nach oben, oh, da kann der Tisch hier weg, da kann er nach oben gebracht werden, ne, voll geil, haha, wie gut, wie gut, eine Erweiterung fehlt noch, eine Erweiterung fehlt noch, wie gut, wie gut, wie gut, und hier für die VIPs auch, ne, ne, die bleiben hier unten, die haben bloß eine schöne Aussicht nach oben, voll gut, das freut mich sehr, sehr schön, das macht mich richtig happy, 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 happy meal, immer noch, äh, Abbereitung machen, ne, niemand weiß das, außer ihr, denn, Vorbereitung, ist immer gut, wenn man alles vorbereitet, hier noch ein bisschen füttern, da, 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 sehr schön, alles wie immer, alles da, sehr schön, wir haben jetzt, ein Stockwerk nach oben, hier, für die Gäste, das wird richtig stressig, das sag ich euch, das wird richtig heftig, wenn man hier hoch muss, muss man hier auch noch, Leute bedienen, ich frage mich, ob es zum Schluss auch noch, was zum Übernachten gibt, für die, äh, Leute hier, und dass sie dafür extra Geld dafür hinblättern, das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee, wenn das so wäre, so, ähm, nur ein bisschen Holz klöppeln draußen, einmal Wasser füllen, und nochmal Wasser füllen, einmal für die Suppe, ähm, und einmal für, Vorbereitungswasser, ich habe gedacht, hier kommt noch irgendwie, dass man selber irgendwie, gartenmäßig was anbauen muss, aber ist nicht, Gott sei Dank, wir werden jetzt noch ein bisschen, äh, Holz hacken, darauf kann es nämlich kacken, ja, und nochmal, so, eins, und zwei, noch ein bisschen, ne, ich, würde nicht böse sein, wenn die Folgen immer so lange gehen, desto eher ich damit fertig bin, desto eher können wir den nächsten Spiel anschmeißen, weil, ne, ich mache nur so lange, bis wir, ähm, haben wir nicht noch Aufgaben, war mir nie so, ich muss mal gucken, ja, serviere Bier, Wein, und fülle das, den Wassertrog, den Wassertrog kann ich auch jetzt machen, warte, 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 dann machen wir das schnell, Holz reicht ja, fürs erste, so, das müssen wir warten, ja, ich hab her, so, Wassertrog füllen, geht schnell, ich könnte natürlich noch, ah, einmal öffnen, aber, dafür hat man keine Zeit mehr, ich will auch nicht die Folgen zu lange machen, das ist nicht böse gemeint, oder so, ist halt, ja, ich weiß nicht, wie viel, maximal die Kapazität des Wassertrucks ist, kann sein, dass ich das heute nicht schaffe, wie viel passt da, zeigt hier auch nicht an, ne, wie viel maximal, bin ein bisschen schade, na, wenn man das zu oft macht, wird einem irgendwann der Arm müde, okay, noch einmal, so, und noch einmal für morgen, für die Küche, wegen dem Abwasch, so, mehr brauchen wir nicht machen, sehr schön, sehr schön, wir sind weit gekommen heute, wir haben endlich die Aufgabe erledigt, und, ja, falls du neu bist auf meinen Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen zu aktivieren, um keine weiteren Folgen von, diesen Spielmeister verpassen, ich bedanke mich, und wir sehen uns am Morgen wieder, bei, Tavernmanager, Simulator, Schaum mit V, Schaum mit Ö, euer Diesischen, Tschüss, ich habe es, ich habe es, hast, die, oder, ich habe es,